Ein absolutes Highlight und eine Neuheit im Zielertal bietet die Zielertal-Arena ihren Gästen. Ski-Movie, das persönliche Ski-Video. Auf den Stricken beim Kreuzwiesenlift in Zell und im Hot-Zoom-Snowpark in Gerlus können begeisterte Skifahrer und Snowboarder ab sofort ihre Performance auf Video festhalten. Ski-Movie, glaube ich, ist eine tolle Sache, vor allen Dingen, wenn man es am ersten Tag macht und dann am letzten Tag, dann kann man nämlich sehen, was man für Fortschritte gemacht hat. Ja, finde ich gut. Ja, super ist, dass man es dann weiterchecken kann per Internet und an Freunde, an Familie und braucht man keine Karten mehr schreiben. Mit einer Spezial-Videokamera können Sie sich also in der Zielertal-Arena filmen lassen und Ihr ganz persönliches Ski-Movie dann im Internet unter www.zillertalarena.com ansehen. Und so einfach funktioniert's. Am Start befindet sich ein Drehkreuz- und Kartenlesegerät. Wenn die Videostrecke frei ist, erscheint ein grünes Licht, der Skipass wird erfasst und das Drehkreuz öffnet sich. Sobald Sie sich aus dem Startkreuzchen stürzen, läuft die Zeitnehmung und die Kamera heftet sich bis ins Ziel an Ihre Fersen. Coole Sache, super, macht Spaß. Am Abend kann das Video schnell, einfach und kostenlos im Internet angesehen werden. Einfach auf www.zillertalarena.com unter Ski-Movie einloggen, die Skipass-Nummer eingeben und schon erscheint nicht nur das Höhenmeter-Profil Ihres Skitages, sondern auch Ihr Ski-Video. Das sieht doch schon sehr gut aus. Am besten gleich das Video downloaden und Ihren Freunden senden. Viel Spaß mit Ihrem persönlichen Ski-Movie.